Ich reiß noch jetzt jemanden um die scheiß Arme aus. Dem! Zack! BAM! Der Zeigefinger hat das Todes. BAM! Hey, Kinders! Was geht denn bei euch ab, Junge? Tap Heroes. Mal eben kurz was anzuspielen. Ja, guck mal hier. Tap. Guck mal, der Finger. Why you were away? Your hero have been... Ach ja, meine Freundin hat das schon mal kurz getestet. Guck, pass auf. Man drückt hier drauf. Achtung. Ja, und dann kann man sich selbst irgendwie heilen, wenn man sich anfummelt. Guck mal, wo ich hier hinfass. Man kann sich hier aufleveln. Oh mein Gott, guck dir mal die Münster an. Guck mal, wie viele das sind. Ey, das geht durchgehend weiter, das Spiel. Krass. Danke, Moislein, gell? Weil meine kleine süße Schnecke schon ein bisschen gespielt hat, kann ich jetzt hier alles auf hochpimmeln, auf 22, Mann. Guck mal, was auf 30. Ich will es gern einheitlich haben, weißt du Bescheid. Und die Powers machen wir natürlich auch auf 30, ist klar. Ich glaube, keiner hat so einen weiten Fortschritt wie ich in diesem Spiel. Ich habe nämlich schon alles auf 30. Aha. Guck mal, mit einem Schlag. Achtung. BAM! Der Zeigefinger hat das Todes. BAM! So, man kann jetzt hier auch die Level wechseln. Das war jetzt der Level 4, in dem wir hier waren. Aber der boxt die mit einem einzigen Mal, fickt er die weg. Guck mal, ich gehe jetzt hier eins weiter. So. Ich musste viermal Schlag. Area Complete. Was ist das hier? Oh, was habe ich mir jetzt geholt? Ich habe da so einen Heiler. Siehst du den? Der boxt mit. Der steht ja so da. Das sind ja die Droide, die er sucht. Geht fort. Aber das ist ein Baum. Ganz baster Baum ist das. Ein richtig streckischer baster Baum. Der ist ganz baster in seinem Face. Seid ihr bereit? Achtung, jetzt. Ja, und ich habe nicht etwa irgendwie so einen Klickbums oder sowas. Ich klicke einfach auf die linke Maustaste, aber halt schnell. Guck mal, wir gehen mal in Level 6 rein. Lächerlich, Mann. Guck mal, bapapapapap. Ich habe einfach die Zeigefinger Gottes. Also das Spiel ist richtig funny, Mann. Vor allem, du gehst offline, kommst acht Jahre später und hast eine Trilliarde Münzen. Und die sind echt das Geld wert. Ne, sind sie nett. Ja, lächerlich, Mann. Ich gehe ins nächste Level. Das ist überhaupt gar keine Herausforderung für mich. Das auch nicht, Mann. Kann ich bitte mal ins nächste Level gehen? Guck mal, wie ich so zerfickt. Ich bin in letzter Zeit sehr laut, habe ich gemerkt in den Videos. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich an euch, heiße Schnecke, hä? Da im Desert. Das ist nix. Das ist kein Problem für mich. Ich habe noch nie Probleme mit dem Deserts gehabt. Alter, ich boh die richtig in der Nase, mein Sohn. Und weißt du was? Ich glaube, die Zinser. Ich glaube, jetzt sind sie echt hart hier, die Viecher. Guck mal, ja, die boxen mich schon hart kaputt, Mann. Ich kann den Mage auch noch aufleveln. Ah, ist das geil. Mir sagt wieder keiner was. Ah, ist das süß. Guck mal, der Mage. Der ist ganz klein und süß. Wow. Fast gestorben. Da gehen ja auch viel Geld, die Dinger, die fette Klopper, hä? Das ist so süß. Guck mal, Mage, Warrior. Das ist ultra putzig, oder? Also ich finde es süß. Oh, guck mal, wenn wir wiederholen können. Noch ein Rührer. Alter, ist das geil, Mann. Vor allem sieht das so edel aus, wie früher im Kasperle-Theater. Achtung, Kasper. Es kommt ein Krokodil. Und alle Kinder. Weißt du, die Kinder gehen nach vorne und ziehen die Figur von der Hand ab. Kasper. Also habe ich es früher immer gemacht. Also ich war halt sehr ekstatisch. Ich kann den Rutsch auch noch verbessern. Wisst ihr, wie die heißen? Guckst du dir doch mal an. Winifred, Günther, Torben. So sind sie, die Bonkert. Das sind super Leute. Vor allem der Torben. Der hat sich so einen Topf aufgesetzt auf den Kopf. Hat von einem Loch reingeschnitten. Und schon läuft es da bei dem. So weit sie gut gehen. Wir gehen noch zu Spiel 2, das ich euch zeigen wollte. Pass mal auf. Das ist Black Sea Odyssey. Da kann man hier, ich habe mir das vorhin kurz anguckt, so einen alten Sack spielen. Also ich meine, das ist der, der uns Sachen gibt, Quests. Ne, das sind die Leute, die ich auswählen kann. Ich habe es vorhin kurz gespielt. Habe ich, hätte ich, habe ich auch gelogen. Doch, habe ich. Also es soll unter Wasser sein hier. Wir haben da so ein Motorboot. Ich kann Sache schießen, ja. Und guck, ich kann so fahren. Und guck mal, ich habe sogar einen Boost. Und das sind Blätter, nehme ich einfach mal jetzt so ganz grob an. Also, da oben sind Leute. Hast du die gesehen? Da. What the fuck, man? Alter, warum sind die so groß? Juck, ich kann die so ein bisschen festhalten mit meiner Abu, ne? Und jetzt fick ich sie natürlich. Ist klar, ne? Ist klar. Ja, er furzt mich an mit so einem komischem Scheiß. Ich kann auch, ich kann ihm auch irgendwie Arme ausreißen. Warte, zack. Aha. Dem. Wow. You can suck my car. Ich reiße noch jetzt jemandem die scheiß Arme aus. Dem. Zack. Mit deinen verkackten Arme. Wow, das kleine nehme ich jetzt, das kleine Baby. Es macht so Spaß. Babys den Arm aus. Wollt ihr mich verarschen? Gib mir deinen verkackten Arm. Ih, das kackelt alle an deinem Arm. Kann ich vielleicht irgendwie mal jemandem den Arm abreißen, bitte? Ist es zu viel verlangt? Ja. Schafft. Wer guckt? Oh nein, mein Arm ist abgegangen. So ein Pisch. Alter, was ist denn da rechts? Was ist denn das so für ein Mo... Oh. Ich bin aber weg, ne? Hey, wer schmeißt denn? Oh. Den Nom, Nom, Nom. What the fuck, man? Ich reiße jetzt das verschissene Auge aus. Ha. Geh weg, Mann. Ich hab eine Harpone. Pils, hilf mir doch irgendwie. Oh. Den Nom, Nom kommt. Nein. Du gemeiner Hund, du. Du bist ein ganz ein Pilser, Pisch, du. Ein ganz ein Pilser. Komm doch her, Nom, Nom. Ich reiße dir dein verkacktes Auge. Ja, ich hab's echt geschafft, Mann. Tja. Was machst du jetzt? Ohne dein Auge frischst du dich jetzt, ne? Gib mir dein Auge. Wow. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es geht ab. Alles ist so cool und bunt. Psychedelic. Es ist so psychodelisch. Psychodelisch. Ich hab sogar ein Inventar. Psychodelisch. Komm, du kleiner Pisser, Mann. Ich reiße. Du kleiner Pisser. Haha, bin ich lustig, Mann. Ich beiß dir die Zunge ab, Mann. Weißt du, ein kleiner Prinz Webtoon hier meint, der könnte so einen riesen Ficker Zunge rausreißen. Ja. Beide Augen weg, Mann. Du weißt nicht mehr, wo du bist. Du musst jetzt meiner... Oh, shit, bro. Ich geh mit deiner verkackte Zunge. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Mann, du bist fast tot. Hör auf, mich jetzt so eklig zu ficken. Jetzt bist du down, Alter. Ja. Deine ganzen Augen gehören mir, du Pisser. Präparatur. Hab ich euch sammelt. Ich bin scheiß gut irgendwie. Guck, den hab ich geklatscht. Den... Hab ich alle geklatscht. Waren das alles Leute oder was? Waren das alles Leute oder was? When I was your age, I crushed the biggest panties with a little more than a M.S.B. Äh, ich wollte das ja noch lesen. So sehe ich mal aus, wenn ich 80 bin. Genauso wie der. And then I go to shit you in the face. Naja, also ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht, die zwei Spiele anzuspielen. Gönnt sie euch einfach mal, ja. Gönnt sie euch mal. Gibt's, glaube ich, bei Steam oder so. Ich weiß es nicht. Schöne Daumen nach oben geben. Sonst fickt euch heute Nacht so ein riesiges Seemonster, wie gerade eben. Und ich glaube, es ist leicht unangenehm. Weil die sind mehrere Meter groß. Und ich weiß nicht, wie euer, wie euer, ich sag jetzt mal, Eingang beschaffen ist. Aber sicherlich nicht mehrere Meter groß. Also, ah, 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 ah. Allerhauptgeld, ciao. Bis zum nächsten Mal.